Gefällt die Cam aber nicht, wie sie ist. Alter, ich spiele das erste Mal online, yeah! Naja, also mit einem eigenen Spiel online. So, Moment. Nein, das ist meine erste Übertragung. Für mich ist das das erste Mal, dass ich ein Spiel übertrage. Ja, das stimmt. So. Ja, zwei Live-Videos. Ja, ich sehe es gerade, die Sicht habe ich gefunden, aber deine Sicht nicht. Meine Sicht ist auch da. Spätes Live. So. Ja, jetzt sehe es, genau. So, jetzt tun wir mal hier. Ähm. Live-Control rum. Gut, ich gucke jetzt den Live-Videos nicht mit an, ja. Den brauchst du nicht, musst du nicht machen, ne. Wenn du einen Kommentar kriegst, siehst du es ja auch oben. Ja, ich habe einen Zuschauer, uuuuuh. Schön. Wieso hast du es schon, eh, noch nicht? Nee, das ist verraschend, ne. Ja. Und das auf dem gleichen Kanal, das soll mir mal einer bitte erklären, ja. Also, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, aber das kann ich dir ganz gut erklären, weil, dich haben sie ja schon zweimal gesehen. Ich weiß. Dich sieht man aber auch, ne, das weißt du. Weil dich ja so freizügig, ne. Na, ey, man muss ja deine Scheiße freuen. Weißt du, das ist einfach ganz einfach, ne. Weil, dich haben sie ja schon in zwei Livestreams ja schon gesehen und gehört. Du meinst, ich bin langweilig, oder was? Wir Typen, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, aber wenn du schon so sagst. Äh. Kann man jetzt weiter, oder? Ja, ja, warte, warte, ich bin gerade noch, ähm, weil bei dir noch Beschreibung dazu muss. Da fehlt, das wollte ich noch schon eintragen. Aber im Grunde genommen, kannst du eigentlich schon mit deiner Arbeit beginnen? Na, mit welcher denn? Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Du wolltest flügen. Krösten. Ne, flügen bin fertig. Ne, drächen musste ich ja noch, ich war ja da oben noch nicht fertig. Flügen bin ich fertig! Du witzbeut. Und wen tue ich nicht, das weißt du. Kann ich das Feld jetzt eigentlich schon, äh, äh, äh? Äh, sehen? Also, nicht sehen, sag ich schon, äh, ich meine, äh, 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 düng? Du... Könntest, äh... Bringt das jetzt was? Weiß ich nicht. Du könntest den Flug schnappen und wieder hinter mir her pflügen. Du musst nur das Feld, äh, nach allen drei oder vier Ernten pflügen, damit es was bringt. Du musst nicht jedes Mal pflügen. Ach stimmt, das da oben war ja schon gepflügt, ne? Ja. Und Feld 12 pflüge ich nicht mit dem Kleinen. Stimmt, da war ja was. Ich muss hier auch erstmal die... das wieder hochstellen, die Zeit schnell noch. Agh! Da fangen wir jetzt auch einmal in die Perspektive, ne? Nnööööööö kepngן. Aber was sagt denn unser Getreidespeicher? Weiß ich nicht, guck mal. Dürfte aber nicht für einen eigenen Hänger reichen, für einen eigenen Fallen. Nö. Aber ich hol's mir schon mal, wenn ich dich das erste Mal nämlich abtanke, bringe ich was nämlich gleich weg. Was, Schatz? Ich schätze es immer noch. Ich schätze es immer noch übelst schlecht ein, wegen diesen 90 Grad Einstellungen, ne? Wie lang das Auto ist. Oder wie lang der Trecker ist. In der Perspektive. So. wollen wir uns an den Kredit eigentlich dann noch ausschöpfen, wenn wir das Geld nicht reichen von der Ente, oder? Ja, das machen wir dann wegen den Schafen, ja. Das Ziel für die Folge steht und das erfüllen wir auch heute. Weißt du, wie schön das aussieht, wenn du jetzt mit dem Trascha so kommt, in der Hintergrund so, ne? Wieso ist das jetzt schon wieder Abenddämmerung? Jetzt verstehe ich hier gerade gar nichts mehr. Wieso? Du fährst einen Tröscher? Nein, nein, das meine ich nicht. Und zwar? Ich hab die Beschreibung geändert, ne? Warum steht denn auch deine Zeit auf US? Was meinst du? Deine Zeitzone steht auf Amerikanisch. Ist doch geil. Nein, ich wollte die Beschreibung von dem Video, weißt du, wo noch was eingetragen werden muss, ne? Ja. Äh, von der heutigen Folge, äh, wollte ich gerade machen. Und hab das eingetippt. Aber das, was ich eigentlich nicht erschien, und jetzt war der Text auch irgendwie voll komisch aufgeteilt in dem Teil da drinne. Voll komisch jetzt auf einmal. Und ich hab ja nur so halb mitgeguckt, wer ist so beim Schreiben. Ich hab ja getippt und hab ja aber hauptsächlich auf, 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 Dings geachtet. Uh, Hagi. Stream-Status, schlecht. Stream mit 720 Pixeln. Ja, bei mir jetzt... Die erforderlichen Videodateien, warte mal. Ja, egal. Meinst du jetzt so, mein Stream mit Stream hat gerade auch wieder aufgehört? Bei mir stockt das. Weil ich gerade in YouTube bin wahrscheinlich. Pass auf, jetzt wird's gleich wieder besser werden, weil ich jetzt aus YouTube in einem Handy raus bin. Erstens das. Mit zur Noten musst du halt die Quali noch mal ein Stückchen runter setzen, solange du noch jetzt so dort bist bei den Eltern. Naja, bei mir zu Hause wird das halt dann ein bisschen anderser werden. Aber auf 480 wollte ich eigentlich nicht streamen. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ich mach dir eh nur das halbe Feld, danach fang ich an mit sehen. Ach, nur das halbe Feld? Na, wer hat nur gesagt. Halbe halbe. Ich mach dir eh eine Hälfte, dir das Ecle in unten, dir die Hälfte, du machst die restliche Hälfte und das große oben. Hast du gerade nebenbei beide Streams laufen? Kann das sein? Äh, ja, warum? Warum? Warum fragst du? Nur so. Stimmt, daran war, deswegen hattest du wahrscheinlich auch deinen ersten Zuschauer, weil ich vor dann auf dein Stream gegangen bin. So kann man auch schummeln. Ja. Ach so. Ja, ne. Wie guckst du dein Video 10.000 mal auf? Ne? Hast du 10.000 Aufrufe auf dein Video auf dein eigenes? Es gibt ja auch so gewisse YouTuber, die kaufen sich das, ne? Das Leute da so, Bot, ne? Und der die Klickzahlen auftreibt, aber je höher die Klickzahlen, das so öfter wird auch bei den anderen Leuten vorgeschlagen, das Video, und umso öfter wird es geklickt. Naja. Ach, die rundum leuchten hast du jetzt bestimmt nicht deswegen an, weil der halb voll ist, oder? Der ist aber bei 64%. Ich hab die nur nicht ausgemacht. Ja, ich bin's für dich gewohnt, dass du die anmachst, wenn der Tankpakt voll ist. Ja, ich weiß. Mach mal aus. Deswegen bin ich ja grad aufm Feld gefahren. Ich kann jetzt einfach bei dir in Bronze einen Google Button, äh, äh, YouTube Play Button einfügen, und dass man den nur noch sieht bei dir. Ja. Ne, das ist so ein, ich glaub Slayer oder so nennt sich das. Den kannst du einfügen, dann ist schwarzes, so schwarzes Bild mit so einem bronzefarbenen Play Button. Okay. Also du kennst das doch von YouTube hier, äh, der goldene Play Button und so, den du bei einer Million Abonnenten und so kriegst. Nein. Okay, dann kennst du's nicht. Das ist halt, äh, das, bei dem Schriftzug YouTube hast du da das Tube in so einem roten Balken drinne. Ja. Und, äh, das posten mit dem Play Zeichen drin, mit diesem Dreieck, äh, ist ja der Play Button von YouTube im Prinzip. Und, äh, wenn du so und so viele Abonnenten hast, kriegst du aus dem Bronze einen, glaub ich, dann in den silbernen und dann in den goldenen. In so einem Bilderrahmen, richtig eingeglast. Okay. Genau. Ja, dann stell mich mal hier hin. Mach's dir einfach mit dem Abtanken dann, von der Richtung aus. Ich glaub ich kann das jetzt noch mal neu machen bei dir. Fällt mir grad so aus. Ja, da hast du dein Stream neu gestartet. Ich hab mein Stream nicht neu gestartet. Ach so, hast du nicht? Nein. Wie ich so soll's nicht. Ach ne, da hast du das YouTube ausgemacht auf dem Handy irgendwann. Ja. Ja, weil es geruckelt hat, hast du gesagt. Weil du gesagt hast, du machst nochmal neu oder so. Hast du gesagt. Du denkst halt, ich seh's jetzt nicht von Weitem, wann der voll ist. Aber ich glaube noch eine Bahn nach unten schaffst du doch noch, oder? Nein. Dann müssen wir doch vorher abtanken. Dann müssen wir doch vorher abtanken. Wäre cool, wenn wir das während der Fahrt schaffen. Wie schnell fährst du? Zehne. Jeder Drescher. Die Drescher fahren immer Zehne. Ein Hexler kann mal ein bisschen schneller sein, aber im Grunde genommen. Ne, das schaffen wir nicht während des Fahrens. Ja, warte, komm mal ein Stück zurück. Wenn du ein bisschen anfängst, äh, wir können eh nicht während der Fahrt abtanken. Wieso? Du müsstest durchs Vorkorn fahren. Ich hab gedacht, du meinst die Linie hier noch. Dass wir das beim Fahren abtanken können. Ne, das haben wir schon bewusst, dass wir das nicht schaffen. Ja, das ist man schon früher nicht gewohnt. Früher hatte man ja die Fruchtzerstörung nicht. Da hat er denn eine Außenperspektive? Ja, wegen wegen abtanken. Ich weiß nicht, ich kann das... Ich kann das mal so schlecht abschätzen, wo der Anhänger ist. Seht man hier noch gestalkt? Ich mach glaube ich gleich den... Ich mach ganz schön wieder aus. So, ich bin voll. Ich weiß nicht, wie du jetzt so da bist, aber ich bin voll. Der Anhänger. Ja, voll raus. Ich bring das gleich weg, ja. Ich trink mal die falsche Taste. Was hab ich drin? Guck mal, ob du noch auffüllen kannst. Ne, du hast Weizen drin. Nicht Gerste. Gerste hat oben noch diese Dingsle dran. Ja, mein ich doch. Du hast im Lager, müsste noch was drin sein, womit du den Hänger vielleicht noch voll kriegst. Jetzt ist der Anhänger ja sowieso schon drin. Ach so, es ist schon drin gewesen. Da hab ich jetzt nicht so drauf geachtet. Also, du musst ja auch noch was im Korn Tank gehabt haben. Da steht nur noch die Plane noch zusätzlich. Und ja. Die Außenspiegel. Ja stimmt, das war ja beim 13er, damals ging die ja auch nicht. 15er auch nicht. Echt nicht? Stimmt. Nein. Bei 15er ging die auch nicht. Das war das erste, was uns aufgefallen ist, dass die Blinker und die Außenspiegel funktionieren. Ne, Blinker ging ja beim 15er. Echt? Ne. Doch, Blinker ging. Ne. Soll ich meine PS3 anmachen? Ja. Ging aber nicht auf der Konsole, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein, oh. Schreibt mal in die Kommentare, ob es ging. Und du bist der einzige Zuschauer. Wow. Schreibt in die Kommentare. Ich hab zwei. Ach du Cheater. Und einer davon bin ich glaube ich. Also haben wir expektiv einen. Macht doch nix. Müde? Jetzt muss ich kurz überlegen, wo muss ich denn jetzt lang? Kapo. Chokokako. Ja cool. Danke. Du fährst aber ganz schön schnell, Hagi. Wieso? Hier sind 50. Das war ja auch n' Spaß. Als ob, wenn ich meinen Roadtrain habe, ja. Fallen auf der Karte. Ja. Ich fahr mit dem Roadtrain, hab ich kein Problem. Aber du siehst die Stoppschilder immer so schlecht, ey. Hm. Ich sag glaube wir brauchen neuen Trecker. Naja, holen wir den Fan. Heiß. Achso, ich hab' ich hier auch noch erinnern. So holen wir jetzt nur eigentlich den Fan. Ja, ich glaub' ja. Ja, müssen wir ja. Müssen wir ja. Stimmt, an dem wir kriegen wir ja den, naja. Da hat man ja aber auch überlegt, ob wir da vielleicht einfach ein anderes Schneid wegnehmen. Ja, stimmt. Naja, dann bauen wir bei mir den Frontlader an. Naja. Ne, den Frontlader. Achso, ja, ja. Aber ne, ich bin am überlegen, ob das überhaupt so viel Sinn macht. Also ich mein, ich glaub' am Ende kommst du wirklich besser, wenn du einfach einen neuen Trecker kaufst. Naja. 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 Also holen wir uns den für, also insgesamt kaufwert für 167.000. Naja. Ach, hast du's noch im Kopf, den noch kaufwert, ja? Ja. Na dann ist ja gut. 167.000 brauchten wir, also 166 Komma noch was brauchten wir eigentlich. Aber 167 lässt sich halt leichter merken. Machen wir das ganz provolaktisch 170.000, dann haben wir's definitiv. Ja. Kommst du dann hoch? Wie, der ist zu was hoch? Na, zum Felde hoch. Wo ich jetzt mit dem Drescher bin. Achso, du fährst grad noch weg. Ja, ich bin grad erst bei der Einladestelle aus der Station angekommen. Ja, ernte dich noch schnell weiter. Das ist jetzt ein blöder Zeitverlust, wenn ich jetzt hier nie weiter ernte. Mache ich, solange du noch was, dass du noch Platz hast, dann kannst du's ja noch machen. Du bist ja süß. Da wird grad ein Kumpel bei mir angeben. Warum? Naja, weil er ja auch Skyfox so zockfetzt, ne? Mhm. So wie ich. Und er fing jetzt an, ja, ich hab jetzt schon alle drei auf Max. Ich so, noch? Ich hab Fasten Bersi zusammen und du? Okay, darauf anzugeben. Ich so, was denn? Das versuchen aber auch immer wieder alle bei dir, ne? Das ist... Ja, ne? Das ist schlimm. Drei Zuschauer, hallo ich noch den neuen Zuschauer. Ja, wie gerne ich jetzt hier einfach auf die Straße fahren wollen würde, ne? Nein, nein. Die Straße ist zwei Meter, zwei Meter, zwei Meter entfernt. Und ich kann nicht fahren. Und ich darf nicht rauffahren. Ach, Mann. Wer hätte sich diese Regel erfunden hier eigentlich? Passt auf, ich nehm mir denn gleich einen Flug, baue mir dann selber so einen Weg hier, ne? Bevor wir hier 10.000 Mauben sind, fällst du? Dann lieber Walze. Ne, Walze macht ja bloß das Gras glatt. Ach so, stimmt. Deswegen fänd ich halt cool, wenn wir als Mod solche Wegplatten kommen würden. So halt landwirtschaftlicher Wegplatten, weißt du, die platzieren könntest. Ja. Das wär cool. Dann brauchst du nicht hier einen dauernd über Feld 27 rumfallen willst, ne? Mhm. Um dahinter zu kommen. Falls da draußen ein Modder ist, damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Und mit einem Hakenlüft LKW. Also ein stinknormaler LKW plus hinten mit Hakenlüft dran, dass man da direkt was draufziehen kann. Den gibt es ja für einen PC, den müssten es bloß auf die PS4 mal ziehen. Ja, der musste nur mal halt auf den PS4 gebracht werden. Nicht immer nur Grubber, Grubber, Grubber. Nein, das bringt uns nichts. Grubber haben wir mittlerweile genug. Das ist, ich glaub, bei Grubber hast du die meisten Gerätschaften drin. Ja. Wir haben auch Universalfässer und sowas alles. Auch so ein LKW mit Universalfässer und auch. Und, und, und. Das ist halt, ne? Ich muss nur sagen, yo, das wär geil, wenn wir das hätten. Soll ich jetzt grad wieder in der Stadt war? Ja. Ich beobachte dich. Okay, der Stalker. Naja, Stoppschild hast du fast überfahren, du. Fast. Hab ich nicht. Ich hab bloß nicht angehalten, ich bin gerollt. Ja. Stoppschild, Räderstillstand, ne? Halten, dann schalten, ne? Ja. 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 Das müssen wir noch machen. Wir haben ja morgen auch noch ne Folge. Und übermorgen. Ja. 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 auch mal nicht mit diesen Farben gespielt. Ja. Okay. Ja. 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 wird gerade runtergeschraubt. Vielleicht hat es halt nicht aus, um das Spiel zu übertragen. Na, wer macht denn dann wieder was bei dir im Internet? Mein Dad oder so. Das ist schlecht, Schatz. Ja, aber jetzt fängt das ganze Spiel auch an zu ruckeln. Ich kann dann auch gerne wieder die Lampen rausziehen, das muss man die eh nicht erläutern. Also ich glaube, wir überlassen den Stream doch mal nicht so, ne? Ich glaube, wir beenden meinen Stream, weil bei mir stockt gerade das ganze Spiel. Dann beende ihn. Dann müssen wir das mal verschieben, wenn du wieder zu Hause bist. Wie kann ich denn das da? Könntest du mal aus der Weg gehen? Das sieht einfach nur geil aus, wenn du hier so stehst. Das Licht ist an von meinem Trecker, ne? Sieht einfach nur geil aus. Naja, die kleinen Maschinen. Die sind ja schon schön. Ja. Aber die bringen ja halt lange, äh, nicht lange was. Du, äh, wenn du was schaust. Willst du was gucken? Du kannst doch hier was gucken, deine Serie, oder über das Handy. Ja. Du hast doch Netflix auf dem Handy. Du hast doch Netflix auf dem Handy. Ja. Du kannst ja mal den Ladewagen holen. Warum? Dann können wir die Strohablage nutzen. Und damit auch nebenbei noch... Nach Ladewagen, ja. Ne, ich hab grad über Ladewagen gedacht, ja. Ne, ich hab grad nen Denkfehler. ein Glas zu Fluton. Sieh, Ladewagen. Als erstes, wenn wir doch da noch ein bisschen Geld können. Do, aber lang? T ü t ü t ü t ü tü 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 tü. Aber gerade dröschen kannst du nicht, oder? Warum? Naja, weil ich jetzt erstmal eine gerade Lein gezogen habe. Ja, ich habe gerade nebenbei noch viel gemacht hier auf YouTube, wegen Kanabeschreibung und Einstellungen und so weiter. Und da mein Laptop ja nicht der beste ist, hat das ziemlich hinterhergehangen immer und geleckt. Jetzt um die Uhrzeit werde ich zugetextet. Wie geil ist das denn? Ich bin zum 8. Ich hätte jetzt gedacht, dass es zum 11 ist, weil du gesagt hast, um die Uhrzeit. Ja, weißt du, den ganzen Tag keine Nachrichten, nicht eine, ja? Und jetzt werde ich zugetextet. Das ist doch immer so. Wenn wir jetzt nicht streamen würden, würde mich auch keine Sau zutexten, ne? Aber die wissen, aha, Hagi streamt, also müssen wir jetzt mal zutexten. Woher solltest du das denn wissen? Ja, weiß ich nicht. Die haben so ein Gespür dafür wahrscheinlich. Soll ich jetzt mal Gerste machen? Ja, können wir mal ein bisschen abwechselnd machen, ne? Ja, können wir mal ein bisschen abwechselnd machen. So, ein Kumpel kommt vielleicht mit auf den Channel wahrscheinlich, also es guckt sich uns streamt gleich mit an. Mhm. Zumindest hat er gefragt, ob ich wieder Channel nun ja doch jetzt heiß. Ich habe ihn zwar schon mal vorgewarnt, dass es LS ist. Ja, was spielt er denn sonst so? Ja, Rollenspiele und sowas. Na komm, aber wer guckt denn wirklich LS hauptsächlich, weil er wirklich extrem jetzt guckt? Ja, das ist so ein Stream, den du nebenbei immer so, oder zum Ausklinken oder so, oder wenn du irgendwas anderes grad machst, so nebenbei zum Düdeln und so. Nein, ich gucke mir auch gerne den Landwirtschaftssimulator an, ja. Und gucke akribisch damit dazu, ja. Also die ganzen Let's Plays und sowas. Gut, ich gucke mir aber halt den PC halt an, weil die Mods halt so schön finden. Ja, ich gucke mir auch mal, ich gucke mir auch mal, aha, das haben die auf dem, auf dem, auf dem, auf dem PC und wir nicht. Schweine, ich will auch sowas. Na. Ah, das wäre so schön, ey, wenn das mal auch die gleichen Mods immer geben würde. Oder hat keinen Unterschied mehr gemacht, so zwischen PC und PS4. Ah, wäre zu schön. Ja, nun warum. Ja, wir haben ja auch wirklich schöne Mods, ne. Ich weiß nicht, fast das doppelt so große wie das, was wir jetzt hier haben, ne. So, so die Hälfte davon, also das, was wir als Karte haben, haben diesen reinen Wald, ne. Also wo du halt Forcebetrieb machen kannst. Und dann hast du nochmal so eine Karte nochmal dran, ja, wo du halt Feldwirtschaft machen kannst. Wo ich mir so sage, jo, übertreibt doch einfach mal. Ja, da haben die sowas wie ein Sägewerk und sowas, weil du, wenn die Hakschitz halt als Brennstoffe bringen kannst. Und da gibt es aber auch Sägewerk. Ja, aber als Brennstoff für die Weiterverarbeitung von Holz, dass daraus Bretter werden, aus den Brettern werden dann, äh, äh, Paletten, aus den Paletten werden halt, Waren, für Waren, Transport genutzt und sowas, weißt du, wo die halt mehr Geld verdienen, damit. Ich würde sagen, jo, das wäre doch ein Leil. Also finde ich jetzt so. Ne, ist doch richtig, finde ich auch. Ne, hat zwar nichts mehr großartig mit der Landwirtschaft zu tun, aber halt, ne. War es doch schon, als die Forstwirtschaft mit reinkam, war es, hätte keinen reiner Landwirtschaftssimulator mehr. Aha, hast du mit Helfer gearbeitet? Ich habe keinen Helfer, ach so. Okay, dann habe ich einmal L1 vergessen, gehabt zu drücken. HVD und Helfer ist halt erfolgreich die Arbeit beendet. Ja, dann habe ich einmal vergessen, L1 zu drücken. Sag doch einfach, dass du keinen Bock hast, zum Sehen. Ne, Sehen macht mir Spaß, mach ich gerne. Mich da, das hat bloß, weißt du, dass die großen Sehmaschinen, da wo das auch vor allem gerade bräuchte, sehste, die haben dann wieder keinen Spurreißer. Ja. Das verstehe ich ja nicht. Der Spurreißer wäre aber verdammt groß, ne, davon abgesehen. Ja, heutzutage, weil die Technik brauchst du mir nie erzählen, dass das nicht möglich wäre. Nichts ist unmöglich, lernt uns die Toyota. Hm. Wir haben einen Kommentar. Aha. Tobias Fricke, hallo, ich schau dir zu, Brian. Ja, ja, nein, mir nicht, mir nicht, mir nicht, mir nicht. Ja, genau genommen, ihm nicht, ja, also das hat man vorhin, aber das Internet bei ihm, wo er momentan ist, reicht nicht aus. Das machen wir dann, wenn er wieder zu Hause ist bei sich dann. Dann haben wir wieder den zweigeteilten Stream auf dem Kanal, einmal von ihm, einmal von mir. Hagi ist da drüben am Wirtschaften im, im, im Dröscher. Im Mähdröscher. Liebe Größe von Snake of Viper von PSN. Naja, das ist halt, ne. Das ist Tobias, halt, ne. Hm. Halt, ne, ne, halt, ne. Super, ich muss doch noch eine Bahn fahren. Ich muss doch noch eine Line ziehen. Äh, das ist schlimm mit dir. Alter, der Kontakt ist fast voll. Ach, mein. So, wie viel Büsten. Bei 80 Prozent. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, bis runter zu fahren. Ja, das wird doch, das könnte noch reichen. Boah, ich freue mich schon auf Fate 12, wie oft wir da abtanken müssen. Das wird auch schon bestimmt so vier, fünf, sechs Mal sein. Lass mir was übrig von der Line. Nein, tun wir nicht. Fahr mal auf dem... Na ja, genau. Fahr mal rum. Der geht genau über den Anhänger. Komm, ich passe mich schon an, fahr los. Ich tanke hier nicht zum ersten Mal ab. Leer schon? Ach ne, ich bin voll. Ne, voll. Bring einfach, bring einfach den Speiser. Ich bring das dann alles weg. Jo. Wie weit bist du... Ach, du bist ja schon fast mit dem ersten Fels mit denen fertig. No. Wir müssten aber jetzt gleich nochmal abtanken, weil der Anhänger, äh, der Speicher ist wieder nicht fast. Immer noch fast voll. Äh, Tobias, das könnte ich dir auch so erklären. Der hat ihn sich ja spielt. Was? Ich soll dich fragen, ob du Arsch, ob... Äh, ob... Ich soll mal den Kleinen fragen, ob er sich den Berserker über den PSN Endstore gekauft hat oder verdient hat. Äh, den kannst du dir nicht kaufen. Den musst du dir verdienen. Ja, übrigens, das ist nämlich der sogenannte Kumpel, der bei mir angeben wollte. Das hab ich mir jetzt schon so ein bisschen gedacht. So. Okay, jetzt ist der Stream ein bisschen länger versetzt. Weil laut Stream... Oder ist das... Ach, ne, der ist bloß nicht auf dem neuesten Stand bei mir. Ich würd grad sagen, bei... Ich... Ja, jetzt haut's wieder hin. Weil laut Stream bin ich nämlich gerade erst bei dir losgefahren. Am... Thresher. Okay. Ah, das ist ne ganz viele Faktoren. Sag ich, ich schrie ihm, okay, er muss sich ranhalten. Schafft doch eh Kehlen, ja. Nicht wahr? Oh, hast du noch nicht schon mal angefangen mit Dreschen? Wenn ich jetzt anfange zu dröschen, kannst du mich nicht abtanken, dann muss ich nämlich wieder von einer anderen Richtung kommen. Ich wollt hier oben anfangen. Und es hätte nicht gereicht. Ich hätte nicht mal eine Bahn ziehen können. Achso, du hättest keine Line mehr ziehen können, ja. Richtig. Schlimm mit dir. Bei knapp 4.500 brauche ich nicht anfangen zu dröschen. Vor allem so ne lange Bahn. Was ich immer noch an den, an den, an den, an den 17er so geil finde, ist einfach die Reifenbelastung. Januar. Ich weiß nicht, ich feiere das immer wieder, wenn ich mit dem Dröscher fahre. Mit dem Anfangsdröscher sieht man so dermaßen krass vorne, dass der so runter geht. Boah, ich weiß nicht, ich liebe mich voll. Soll ich mal Vincent den Link zum Stream schicken? Mach doch. Ja. Wenn ich so an den 12 immer so denke, ne? Er wird mir immer so schlecht mit den kleinen Frösern. Oh, ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Link ging jetzt an 21 Leute raus. Er hat geschrieben, er ist kein Kumpel, sondern dein Lover. Achso, ja, ja, Entschuldigung, ich hab's gar vergessen. Schlimm, schlimm, schlimm. Hast du mir da wieder was nicht gesagt, Kagi. Verschweigst du mir schon wieder etwas. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ich glaub's ja nicht. Das ist halt so, wenn man viele Beziehungen hat, weißt du, ist halt schlimm, ne? Da vergisst man immer das, um dem anderen immer zu sagen. Schatz hält ja, nochmal gerade so. Gut. Also ich schätze mal, sie müssten sie bestimmt viermal abtanken. Schätze ich mal. Musst du mir aber mal Bescheid sagen, wenn du voll bist. Also wenn du über 80 bist. Immer. Dann komm ich rübergefahren. Ich bin immer voll. Voll bei der Arbeit. Nein. Ich bin voll bei der Arbeit. Ich arbeite ja, also, ne? Ne, muss ich mir Bescheid sagen, weil dann packe ich den Trecker, den ich immer hier drüben mithänge. Und so muss ich immer wieder ein bisschen rüberlatschen und dann wieder bis zu dir latschen. Dann hab ich keinen Bock drauf. Na, ich sage dir dann so Bescheid, dass du halt, äh, halt, ne? Auf dem Feld langfahren kannst du dir können während der Fahrt abtanken. Hm, genau so. Also sag am besten bei 70 mal Bescheid. Da muss ich sehen, wie ich dann halt gerade bin, ne? Ja. Wenn ich nach unten fahre, kannst du mich ja schlecht abtanken. Das stimmt. Ich bin jetzt bei knapp 40%. Und ich war jetzt gerade die Drittelein. Servin, let's play, Basti, du brauchst mir keinen Link zu schicken. Ich weiß, dass mein Handy hat sich schon eher gemeldet. Ja, nee, äh, kann ich dir erklären? Ich habe einfach einen Verteiler, äh, wo ich den Link dann einfach reinschicke. Und da bist du halt mit drin. Aber ich kann dich ja mal rausnehmen. Wenn du, jetzt wo ich das weiß, nehme ich dich mal raus, dann kriegst du den Link nicht mehr. Oh, das holpert jetzt immer so schön beim Geflügten. Das schiebt sich richtig so ein bisschen in den Rillen hin und her auch. Und du singst doch richtig, wenn du jetzt von der Wiese aufs Feld fährst, ne? Sack dir richtig so ein kleines Stück ab. Ja. Aber wie gesagt, das große Feld füge ich definitiv nicht mit dem kleinen. Da bin ich das ganze Let's Fail damit beschäftigt, nur um ein Feld zu flügen. Na, wenn ich mich nicht ganz täusche, sagt mir doch der Name Skandar Let's Fail was. Eric, bist du auch mal da? Wer ist Eric? Kumpel, von früher. Von ganz früher. Das waren so Zeiten, wo man noch mit dem Nintendo DS sich irgendwo unter einem Pavillon oder irgendwo, wo ein Dach drüber war, getroffen hat und da gegeneinander MW1 gespielt hat. Ne, Eric? Das waren da Zeiten. Kenn ich nicht. War weit vor dir, ich war weit vor dir. Ich kenne mich mit dem Game Boy und dem Game Boy SP und Game Boy X. Ja, ja, das war auch noch, ja. Aber das war, da war es schon länger her. Aber wenn DS dann nicht mehr war, DS habe ich dann eher ein Solo mehr gespielt als... Ja, Diego, willst du? Na ja, habt ihr meistens Erfolge Solo gemacht, ne? Wie ist das bei World of Tanks? Die meisten Erfolge macht ihr immer, wenn ich nicht dabei bin, weil wenn ich dabei bin, sind die Gegner wieder zu gut. Nein, du, ich falle einfach nur häufiger ab als die Beänderungen dann, ne? Also eben soll das ja instantiv sowas sein wie, wir haben keinen Bock mit hier zu zocken oder sowas, ne? Aber das wollen wir dir ja nicht so direkt sagen, weil das wäre ja gemein. Ja, das wäre nicht so cool, ja, das stimmt. Dann verpisse ich mich lieber mit meinem 10er Panzer und mit meinem 9er Panzer. Wir könnten ja deine Gefühle verletzen oder sowas, echt, ne? Na ja, und dann heißt es wieder, äh, Panzer, da steht ein schwerer Panzer zwischendurch höher, kriegst du den? Ne, ich nicht, ich komme durch die Szene auch durch. Ne, aber Silvio. Und dann sage ich in aller drei, aller, aller fünf Minuten, dass ich nun mal 32 Sekunden nachladen muss. Und er fragt trotzdem in aller fünf Sekunden, ob ich den kriege. Weißt du noch, als er uns was gesagt hatte, dass sein Sohn ihm das auch immer gesagt hat? Und er dann zu seinem Sohn gesagt hat, ja, ich weiß, dass ich, äh, ja, ich weiß, dass ich noch am Nachladen bin. Ja, ich bin noch am Nachladen, ja, ja. So komme ich das wieder zurück. Ja, Silvio, es rächt sich alles irgendwann. So, du könntest aber dann so langsam mal hier erscheinen. Jo. Weil ich bin bei 84% gleich und ich fahre gleich die Bahn nach oben. Ja, ich mache mich auf den Weg. Ich renne über den Acker. Bin jetzt am Trecker. Ja, aber nur da, wo es nicht glatt ist, ne? Du weißt, wenn es glatt ist, kannst du rausrutschen. So ein Scheiß. Was denn? Guck mal, eigentlich brauchte ich noch ein Rohr auf der linken Seite, Noah. Damit ich rundum ne Beleuchtung hätte. Nach vorne? Du brauchst auf der linken Seite ne Beleuchtung. Äh, rechts. Ja, rechts, meine ich. Ja, einfach nur so. Damit halt stylischer aussieht, wie wenn das war und rausgefahren ist. Ach, wenigstens. Boah, wie das alles hier beleuchtet ist. Wenn du hier so erscheinst. Du kannst ruhig noch ein bisschen näher ran. Ja, ich mache das also so in Perspektive. Nicht so wie du aus Haus. Ich beiße schon, ne? Keine Sorge. Naja, ich weiß schon, du beißt. Tollwütiger Brian, ne? Ich weiß nicht, näher solltest du, glaube ich, nicht kommen, wenn du mein Schneidwerk. Oh, 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 das wird teuer. Ich glaube, ich weiß es nicht. Der sieht zumindest so aus. Und was sagt dein Tank? Null. Fett. Kennst du doch bestimmt gleich aus, wahr? Na, weil er bei 83% ist. Da brauche ich ja dann nie nochmal hinkommen mit dem Tank. Mit dem Hänger, das macht ja keinen Sinn. Ja, das gab es beim 15er ja nicht, ne? Nö. Und beim 11er erst und beim 13er. Wenn es beim 15er nicht gab, dann gab es bei den vorhergehenden das auch nicht. Wenn es beim 19er gibt es auch wieder nicht. Ey, das wäre wirklich schwach. Nehmen wir das dynamische Licht mit raus. Der hämmert ja jemand voll in die Tasten. Ey, ja. René hat das gehabt geschrieben. Cool, weil ich halt den Link auch geschickt habe. Und da habe ich geschrieben, weil er hat ja zwei Kumpels, weil sie die auch so Fanfreund sind und so. Und da habe ich geschrieben. Da haben wir noch keinen. Hä? Ne, nein, aber die sind ja dann generell auch landwirtschaftfreundlich und so, ne? Und da kann sie ja mal einen Link schicken. Achso. Naja, vielleicht finden wir noch ein paar Leute für später, ne? Naja, spätestens dann, wenn wir dann anfangen, wenn ich dann anfangen hier mit Gras und so, dann wäre es schon wichtig. Ja, wir bauen dann Gras an. Die Folge heißt Grasanbau. Wir bauen Gras. An. Ne, einfach nur wir bauen Gras, ne? Was dann jeder daraus macht, ist halt seine Sache. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer wir dann haben. Wir bauen unser eigenes Gras an. 100% no clickbait. Nimmst du als Thumbnail, ne Graspflanze, weißt du? Und übelst den Rauch. Ja. Mit übelst rote Schriften und alles. Das wäre die Idee, Alter. Aber ne, das würde gegen meine Grundsätze verstoßen. Das gibt es aber nicht als Mod, ne? Grasanbau. Das gab es aber für den 15er oder so, glaube ich, ne? Gab es dann im Mod, wo du Gras anbauen konntest? Das weiß ich nicht. Mit dem 15er habe ich selten mit einem Mod, was Karten mitbruch. Ich glaube, wenn du mir richtig tief im Internet unterwegs bist, das findest du alles. Es gibt ja auch einen KZ-Simulator und solche Scherze. Ja, ja, ich weiß. Oder noch schlimmer, den Staubsauger-Simulator. Der Ziegen-Simulator. Ich glaube, ein Simulator. Wer ist denn noch? Star Wars Ziegen-Simulator, ne? Was ich noch einmal gesehen habe. Alter, ne. Oder halt, ne, ich möchte den Simulataren ja nicht so schlecht sehen, ja. Aber eines, was ich mir definitiv nie holen wollen würde, ist dieses Holzschweller-Simulator. Die Forstwirtschaft? Ja, genau. Die Forstwirtschaft heißt das ja richtig. Genau. Mit fünf Fahrzeugen. Ja, mit sechs. Das Pferd musst du auch mit reinrechnen. Hast du ein Pferd? Ja, am Anfang hast du ein Pferd. Mit einer Poltergabel, also so einen kleinen Anhänger halt mit einer Poltergabel, wo du den Baum so reinquetschen kannst. Und den Baum dann hinter dem Pferd hinterherziehen kannst. Naja, nur wie früher halt, dass die Pferde halt die Stämme ziehen. Das finde ich aber nicht schlecht, das finde ich cool. Ja, hast du dir schon mal so das erste Mal angeguckt? Hast du dir mal geguckt, wie das Pferd läuft? Oder wie du dann neben dem Pferd herläufst? Oder sonstiges. Nein, schlecht animiert. Das ist einfach nur... Ja. Das Pferd denkst du, es hat keinen Rücken, ne? Weil das... Wenn du um die Kurven läufst, ne? Läuft das ganze Pferd in einem Stück rum, ne? Also es dreht sich nicht wie ein Pferd, die normalerweise um eine Kurve läuft, ne? Es ist einfach nur... Boah, Ruf! Richtig? Ne? Und ja. Aber ist ja erstmal egal. Wir zocken in einem Wirtschaftssimulator. Kennen wir uns eigentlich den Ladewagen schon... Äh, 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 äh? Ich rechne jetzt sowieso gleich mal durch. Wollte ich jetzt eigentlich machen, bevor ich das Feld anfange, aber fällt mir gerade ein. 167.000. Äh. Hast du das schon vom letzten Spiel vergessen? Bank? Ja, trotzdem. Ja, wir brauchen trotzdem 167.000. Wir haben gerade mal 75.000 bei der Bank geliehen, das heißt, 125 können wir schon mal noch. Und wir haben schon 40.000, da sind wir schon mal bei 165.000. Ja, dann bricht das ganze Zeck dann auch weg und bringen... Naja, dann haben wir wieder den Puffer drin. Ich rechne jetzt nochmal schnell durch. Also, wir wollten uns holen, den kleinen 300er, wollten wir holen. Den kleinen mit Frontlader-Anbau. Frontlader-Anbau und Pflegebereitung. Wollte man gleich drauf machen. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht an der PS-Leistung dann schon vielleicht ein bisschen was ändern. Naja, wir rechnen erstmal standardmäßig. Notfalls kann man die PS-Leistung nur drauf rechnen. Mal 110 PS könnte vielleicht zu wenig sein, um Mähwerk und Ladewagen zu ziehen. Das ist wahrscheinlich definitiv zu wenig. Moment, 112.600 plus Frontlader von dem... Achte. Hatten wir den kleinen? Ja, da hatten wir den großen, das mal gesagt. Achte. Wollten den großen nehmen, ja. So 8.500 für die Poltergabel. Äh, Poltergabel? Palettengabel. Ja, 8... Äh, Palettengabel, genau. 800. Dann waren es 2950 für das Mähwerk. Moment, ich muss das mal bestellen da. Wir hatten gesagt, wir nehmen erstmal das, äh, in von den kleinen, oder? Ja, 2950 kostet das Mähwerk. Das ganz hinten, die letzten drei, oder? Ja, die letzten drei, oder? Da müssen wir noch gucken, welches davon mal nehmen. Dann der Ladewagen, den kleinen halt mal nehmen. Der, der grüne. Plus 31.000. Und was war noch? Also, wir haben jetzt, äh, den... Der Hänger, genau. 9.500. Hm. Bei Ballentechnik. Ja, ich weiß schon, würde schon mal sehen. Oder wir holen uns den, den, den ersten, den DW 1200, wenn ich mich richtig erinnere, oder sonstiges. Von Fliege. Hm. Für 12.000. Der könnte nur noch einen zweiten Anhänger dranhängen. Wenn wir irgendwann mal vier haben. Wir könnten uns auch einfach den LKW-Tieflader annehmen. Und da einen Dolly drunter basteln. Oder einen von den Vago-Loader, mit den, mit den Gitter und der Rampe hinten dran. Hm, ja, der Tieflader macht sich, macht sich durch den Schwanhals da halt nicht so schön. Ja, wie gesagt, da hast du noch die, von Joskin, diese beiden Vago-Loader. Nee, dann würden wir aber den Großen da nehmen, den 10 Meter. Nee, doch den 10 Meter. Wirst du, mir ist das eigentlich scheißegal. Nee, dann nimm mal den vier 10 Meter weit. Guck mal, es sind gerade für 4.000, ja gut, es sind oberste Meter für 4.000. Naja, den Hälter könnte man nämlich, mit dem könnte man versucht, gleich mal irgendwas transportieren, wenn was ist, willst du? Ja, ja, ich wiss, ich wiss schon, deswegen, hab ich ja gerade so gesagt, ja. Dann nimm mal den 10er noch. Ja, den lieber den 10er. Das hier ist plus 15.000, ja. Dann werde ich mir den Fendt dann mal schnappen und dann mal beladen und dann alles herbringen. Und das eine Heckgewicht wollt man noch. Genau, von Safir. Plus 1.850, da sind wir bei 172.200. Ja, ja, gut. Und was kostet die Motorisierung vom Fendt? Wenn wir vielleicht doch ein bisschen mehr Leistung brauchen. 14.000, ja. Also rechne ich mit knappen 186.200. Und bei der Bank krieg ich raus noch... 125. Ja. Die würde ich mir jetzt schon mal leihen, war. Ja, kann man ja schon. Ähm, du könntest wahrscheinlich gleich mal zu mir kommen, weil mein Tank ist recht voll. Hm, geht gleich los. Ich... Ey, man kann jetzt sogar mehr leihen, ne? Was? Ich bin schon mal zu 150.000, die ich mir leihen kann. Echt jetzt? Na. Aber sobald wir... Also, weißt du, was interessant ist? Wir rechnen zwar jetzt das Ganze für die Schafe, ne? Aber hast du schon mal die Schafe mal noch reingerechnet? Wir brauchen noch das Wasser. Den Wassertank. Ich weiß noch nicht, ob du den mit reingerechnet hast. Ja, nein. Das ist ja aber nicht viel, der Kleine. Wo sind sie ja? Bei Tiere? Logischerweise, ne? Ja, stimmt. Hier unten, ja. 9.500 und dann noch 24.000 für den Viehtransporter, weil ich will die nie liefern lassen. Ich hab da keinen Bock, Lieferkosten zu bezahlen. Die sind dann schon wieder bei mehr. Ja, mein Gott. Also, erstes Mal, der Traktor. Aber trotzdem würde ich nicht gerne alles gleich von der Bank bezahlen lassen, weil irgendwie, ich weiß nicht... Ach, du hast ja schon so viel geholt. Ich mach jetzt das Motorausführung gleich mit rein. Ja. Also, muss ich jetzt selber holen, oder? Ne, ich fahr runter, du musst weiter erahnen, das ist wichtiger. Na, muss ich den Traktor jetzt selber holen für den Abtacken, ja. Ach so, das meinst du, ja. Den Großen hat man gesagt, den Frontlader, ne, den Großen für 8.000, ja. Was ist denn Großen mit Frontlader? Ja, es waren ja zwei Frontlader. Ja, 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 ja. Das Deutsch wolltest du haben, oder Mähwerk? Na, das ist mir eigentlich total egal. Ich hab eigentlich gedacht, weil es nur grün ist, weißt du? Pass auf, jetzt kommen die ganzen Hater. Wie könnt ihr denn nur ein Deutsch-Mähwerk an einem Fendt ranhängen? Pass hier, jetzt müssen wir los, ich weiß nicht, ich weiß nicht, oder? Ich bin mir im Arsch vorbei. Aber ohne Gitter noch, oder? Den Hänger. Ja. Macht sich leichter für mich. Dann fürs Beladen und sowas. Gitter kann man sich dann noch später immer noch holen, wenn was brauchen. Falls wir mal Ballen oder sowas transportieren wollen mit dem Ding. So. Kann ich mir den Trecker dann wieder hinstellen, dass du mich dann wieder abtanken tust, oder soll ich das jetzt immer weitermachen? Na, ich fahr jetzt schnell runter, also wenn ich bis dahin wieder da bin, mach ich das schon, aber das ist kein Problem. Aber lassen wir das mal vorwärts bei dir stehen. Wo fährst du runter? Händler. Warum? In der Zeug holen. Ja, hätte ich da auch gemacht, wenn ich soweit ich fertig bin. Ich bin da jetzt gerade auf dem Weg. Wichtig ist, dass es in einer Zeitzone hängt, sonst ist wieder eine Seite das Feld fertig, die andere wieder nicht. Ich hab schon das eine Feld schon fertig. Ja, und das andere hast du zur Hälfte fertig. Dass wieder dann zwei unterschiedliche Zonen sind, wo wir dann wieder warten müssen. Ja, und das andere ist, dass wir dann immer erst mal eins fertig machen, bevor man das andere macht. Weil so wird das nie was. Wurde es dir nicht beigebracht, immer erst endlich fertig zu machen? Nö, ich fang immer alles an. Ja, und dann wirst du nämlich nie fertig. Ich glaube, ich habe gerade ein Stoppschild überfahren. Und dann meckerst du nämlich, warum das Feld dann immer so unausgeglichen fertig ist. Wann hab ich denn da mal gemeckert? Weil du die eine Hälfte zerstört hast und die andere Hälfte konntest du noch prima rüberfahren. Das kriegt mich jetzt schon wieder vollkommen auf, ne? Ja, warum machst du nicht erst deine ersten Sätze fertig? Oh, der Sätze. Ja, du machst mich tierisch auf. Ja, du machst ja bei deiner richtigen Arbeit, der ist genauso. Du machst auch erst mal eins fertig. Nee, kann ich ja nicht. Lassen mich ja die Kollegen nicht. Ja, du als Strippenzieher, du ziehst ja nicht ein Kabel kurz nur zur Hälfte durch die Wand, weil du sagst, jetzt muss ich mal kurz meine Mittagspause machen. So. Echt jetzt? Ja. Ich finde, Mittag ist es Mittag. Oh mein Gott, das ist ja... Ich merke schon, du hast noch nicht viel mit Handwerkern zusammengearbeitet. Das ist bei den Klempnern und bei den Mauerwahn genau das Gleiche. Denkst du, da tut irgendjemand an seine Mittagspause reinarbeiten? Die werden sich hüten. Bis jetzt, die ich bedient habe, haben immer durchgearbeitet. Beziehungsweise die bei uns an der Hallen gemacht haben, die haben immer durchgearbeitet. Ja, vielleicht, wenn dann ein wichtiger Kunde sei, das kann sein. Also ich kann da auch nicht sagen, als Logistiker, ich lade mit dem LKW erstmal halb voll, dann mache ich meine Mittagspause, weil es dann dazwischen kommt und dann belade ich weiter. Kann ich da auch nicht machen. Wie war das? Könnte ich das schon? Nein. Also ja, könnte ich, aber ich darf es halt nicht. Siehste? Na ja, aber könnte ich das auch nicht machen. Würde ich aber nicht machen. Auch wenn ich es durfte, würde ich es nicht machen. Weil ich meistens, wie ich eigentlich fast immer, erst eine Arbeit zu Ende bringe, bevor ich die nächste anfange. Oder halt in Pausen oder sonstiges gehe. Mache ich immer erst meine Arbeit zu Ende. Ist ja gut jetzt, Brian. Nein, das regt mich auf! Ist trotzdem gut jetzt! Ich diskutiere bis in die Unendlichkeit mit dir. Und noch viel weiter. Aber nicht im Stream. Können wir danach weitermachen. Wenn du es machen würdest, ja? Dann müssten wir nicht diskutieren. Mann, 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 Mann. Ich merke, ich muss noch viel an dir arbeiten. Damit das funktioniert. Fricker hat geschrieben, gib mal lieber die Möhrchen, Lageristen sind net anders. Siehste? Ja, der mir zustimmt. Ja, die Lageristen haben auch bloß wehreinhalb Jahre Schule. Da brauche ich mir nicht weiter vorstellen. Aber Logistiker haben drei Jahre Schule. Die lernen sowas. Die machen erst ihre Arbeit zu Ende. Alter, ich hasse den KI-Verkehr, ne? Wieso? Ich komme mit 42 angeprettert. Hänge mit dem Trecker hinten drauf, ne? Und der zieht eiskalt vor mir raus. Ich wollte gerade sagen, was blinkt denn da bei dir in den Seitenspiegel? Aber das ist ja dieses... Was ist das? Blinker. Oder was meinst du? Du hast aber dann ziemlich zeitig geblinkt. Ich habe hier im linken Seitenspiegel, das ist hinten die Hecke umleuchte. Die leuchtet irgendwie durch den Hänger durch. So, ja, ich habe es jetzt auch gerade gesehen, ja. Ob sie einfach fahren. Ich habe jetzt erst mal nur den Trecker mit hochgebracht, ne? Weil A, die Hänge habe ich eh nicht mitgekriegt. Und B, äh... Brauche ich den dann fürs Düngen. Weil... All dieweil Pflegebereifung. Die Hänger holen und so kann es so mit dem Roten, aber Pflege fürs Düngen brauche ich die Pflegebereifung von dem Fendt. Aber den Hänger hättest du noch mitgeholen können. Wie denn? Nee, indem du auf dem Fendt den Anhänger drangemacht hättest und dann hättest du den verladen und dann hättest du den Anhänger gleich hinten drangezogen. Ja, jetzt ist der Fendt auf dem Hänger steht und den anderen Hänger aber hinterher zieht. No, genau. No. Das geht. Du musst bloß mit der Bereifung, also mit den hinteren Reifen, musst du so hinstellen, dass er, wenn er hochklappen tut, dass er trotzdem noch irgendwas ankoppeln kann. Dann fährst du rückwärts leicht ran und dann kannst du ihn ankoppeln und kannst weiterfahren. Du hast doch einen Schatten, ey. Das ist nie, boah, ey. Hat der einen Schatten, ey. Das ist ja extrem. Siehst du Spaß mit dir einmal fahren? Aber es funktioniert. Nee, ich sage bloß, Pullen und der Panzer im Off-Liga, ne? Das frage ich mich immer noch, wie das der Off-Liga halten konnte, ey. Das musste so eine Belastung für die Streben gewesen sein. Du wirst ja nicht, was er für Streben drin hatte. Na ja, Gott. Beim Pullen kann man sich da ja auch nicht sicher sein. Das stimmt schon. Richtig, ob er überhaupt was ich drin hatte. Ach, Zogo. Das reicht. Vielleicht wurden die Streben ja geklaut. Vom Polen. Na, wenn's Krupp-Stahl war, bestimmt. Bestimmt. Hat wahrscheinlich auch noch ein Audi-Zeichen draufgehabt oder so. Wären wir jetzt echt gemein? Ja. Nein. Schwarzer Humor muss sein. Hat man letztens doch schon mal eine Rinde mehr hin. Ja. Habe ich wenigstens was? Wo ist der Kass für Schwarzfahrer? Hast du wenigstens die Palettengabel mit hochgebracht? Ich habe den Frontlader, die Palettengabel, das Gewicht und das Mähwerk mit hochgebracht. Nur die Hänger sind halt noch unten. Ich hätte dir auch zugetraut, dass du die Palettengabel oben lässt, ne? Beim Händler. Ich hätte dir vollkommen zugetraut. Nett. Wollen wir dann noch eben bei dem roten Traktor-Netz wenigstens auch noch die Frontlader-Anbau machen? Wenn du nämlich brauchst und ich habe gerade da übelst viele Paletten stehen oder sonstiges. Wofür soll ich denn den brauchen? Wir haben da außer den Paletten dann nichts mit Frontlader. Wenn du düngst. Wegen der Pflegebereifung. Und ich habe bei der Wolle halt so viele Paletten dastehen. Ach so, das meinst du. Ja, das könnte man machen, ja. Wie gesagt, du fährst einfach mit deinem roten runter und da tun wir dir deinen Frontlader noch. Du brauchst halt den neuen Frontlader. Wormobus, das Setup, das man anbauen kann. Das war ja nicht ja damit. Frontlader-Anbau. Entschuldigung, ich habe mich jetzt nicht komplett ausgedrückt damit. Ich bin fast fertig mit Feld 12. Alter, Verwalter. Das ist schon ein echten Haus-Drammer, ey. Mit dem kleinen Trascher der Feld 12. Hm. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, du hättest in deinem Einzelspieler, hättest du keine Helfer oder sowas. Wo du alles alleine noch machen müsstest. Das wäre extrem, ey. Dann wirst du niemals vorankommen. Das Spiel wird pausiert. Fricke. Danke für die Probe vom Gras. Ich koste mal gucken, ob ihr gutes virtuelles Gras habt. Krieg mal hin. Ja, du mal. Muss warten, bis wir das Gras weiterverarbeitet haben, dann... ...wird's vielleicht besser. Das müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Silage zu rauchen. Alter. Das hättest du nicht wirklich gesagt. Vor allem der Nichtraucher, ne? Du trinkst ja auch nie. Außer das harte Zeug. Ja, also das Hirnwort da. Das ist genau wie bei dir mit dem Rauchen. Mit dem Rauchen. Du rauchst nicht. Außer Schiecher. Das ist... Ja, ne? Das ist bei dir alles Auslegungssache. Ach, Mann. Warum muss Feld 12 so groß sein? Irgendjemand hat meinen Trecker so weit weggestellt. Benutzt besseren Dünger. Schmeckt komisch. Und bitte nicht mal reinpinkeln. Das wäre ja zu langweilig. Irgendeinen bitteren Beigeschmack muss er ja haben. Aha, weißt du, dass das dann bitter schmeckt? Durch die Aussage von Tobias. Achso. Außerdem spritzen tun wir noch nichts. Noch nicht. Ne, na ja. Hat er nichts von spritzen gesagt. Er hat aus Dünger gesagt. Na ja, Flüssig-Dünger. Ne, hat er ja nie gesagt. Mineral-Dünger. Kann man ja nehmen, weil... Ja, aber... Die Spritze braucht Flüssig-Dünger. Ja. Na ja. Und wir haben jetzt das Material... Mineral-Dünger. Ne, aber er hat ja nichts von der Spritze gesagt. Aber vom anderen Dünger. Ja, ist ja okay. Mann, in der Güte. Bist du schon wieder am fressen, oder was? Mann, Mann, Mann. Noch nicht mal einen ganzen Livestream-Kanal durchhalten, ohne zu essen. Mann, 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 Mann. Aber ich muss echt sagen, ey, das Projekt macht mir wirklich Spaß. Und ich werde es weiter machen. Kannst ja weiter machen, ne? Aber in einer guten Viertelstunde, ne? Möchtest du dich beeilen? Wir müssen ja noch die Schafe kaufen. In einer halben, Dreiviertelstunde muss ich dich aufhören. Müssen wir ausmachen. Dann muss ich die Töchstöchstöchen abholen. Ach so. Weil der Oma. Und dann, na ja. Kommt ja, wenn mir jemand hätte, dann würde ich immer beim Abtanken und sowas... Ja, ich bin ja jetzt wieder für verfügbar für Abtanken. Muss mir nur Bescheid sagen. jetzt soll ich dir was sagen das arbeiten das sehen macht mir richtig spaß auch vor allem mit der kleinen sehmaschine hier mit den schwurreißern mit der großen macht auch richtig spaß es ist halt bloß das blöde das soll die spurreißern die haste damit macht sie der first person sich echt schwierig es macht viel mehr spaß und wirklich die spurreißer mit hast ich fand das sogar ich hatte beim 15 war das glaube ich aber das ist ohne gewercht los kann auch nämlich 13 es war der 13 hatte ich auf dem rechner ein mod das war ein drescher der hat mir so gefallen hat es ja immer mods wo du so die fenster aufmachen kannst du halt so fixpunkte hattest wo du fenster öffnen konntest und so ne ja und da hatte ich in drescher der hatte rechts wo du halt die bildschirme hast oder oben dann hatte der in bildschirm konnte drauf tippen dann konntest einstellen dann haben sich rechts und links am schneidwerk kameras hochgeklappt und dann hattest du in der bildschirmecke dann die kameras gehabt das heißt du konntest genau sehen ob du genau ausgerichtet bist mit dem schneidwerk dann konntest du hinten auch anschalten dass du hinten die strohablage siehst und das rohr konntest du dir noch einschalten das war richtig geil so wie es halt im real life ist hast du auch mit mehreren bildschirmen halt im schneidwerk und hinten und ja naja vielleicht alles beim 19er dass wir vielleicht auf der konsole jetzt auch so was kriegen könnten ich bin mal wirklich gespannt also bis zu welchen landwirtschafts-mörder überhaupt geht das scheint sagen wir haben keinen bock mehr so lange was ich noch gut verkauft denke ich mal wird das nie passieren guck mal jeder freut sich ja schon wie auf den nächsten natürlich dabei ist der hier noch nicht mal ein dreiviertel jahr draußen kommt jetzt irgendwie auch so vor dass die nacht länger immer ist als der tag ja das kann auch daran sein weil wir immer jetzt nachts abdröschen und sehen und den tag überspringen müssen weil die wir müssen mal einen kompletten tag mal pause machen mit aus mit ab mit überspringen wieso naja dass wir den rhythmus besser rein kriegen dass wir nachts überspringen und tags über ernten ja weißt du ich kann mich noch in der erste oder zwei jahre du damit habe ich als ich auch kein problem nee damit habe ich kein problem aber es ist halt es ist halt blöd wenn du wirklich immer nur immer nur nachts ernten bist man müsste halt mal so ein paar streams so dass man halt mal nachts am ernten ist oder mal in stream so dann im nächsten tust du mal wie das so machen wirst du so bisschen ändern halt immer abwechslung und niemand bis nachts ernten tagsüber vorspringen noch zu lernen naja wir jetzt haben ja bald die schafe dann vielleicht noch dazu und ja da kann man dann noch selber mit einbinden oder ein netto schauer wenn er bock hat und sich für vernünftig erklärt ja das ist gleich vorweg gesagt ich bin ja nicht mit koten also ihr seht wie wir spielen wir spielen vernünftige spielen realistisch und wenn da hier einer voll quer fällt ein und querbeet und weiß ich nur scheiße macht oder von seiner ganzen art und weise her sich nur hat mich asozial äußert dann dann nicht vernünftig wir so wie wir uns auch miteinander umgehen die idioten haben wir genug bei den shootern und bei allen anderen spielen ja das ist das schöne an ls gibt es auch leute solche leute aber im großteil der community sind ruhige leute wenn ich jetzt mich total erinnern die letzte instanz von skyforge meine ganze gruppe war eigentlich nur noch voll idioten da habe ich wieder eins vergessen gehabt zu drücken also wenn du möchtest könntest du abtanken kommen alles klar ich bin zwar nicht nicht voll aber ich habe die letzte bahn fricke hat geschrieben wo steht der trick erst mal kurz bei dir noch ja er hat geschrieben richtig so nur normal game nicht ist richtig er hat geschrieben ich richtig aber ich vermute was heißt ich ist richtig no cheating ist auch so sonst ist es langweilig macht ja kein spaß was anderes ist das sage ich persönlich auch wenn ich jetzt zum beispiel mir die amerikanische bahn gucke wo man einfach riesenfelder hat da fange ich nicht mit solchen maschinen an dann nutze ich auch schon mal die sheetbox und tun tun wenn man jetzt wirklich ordentlich spielen will und so ne sich das arbeiten wird dann kann man schon mal mit der cheatbox anfangen sich wenigstens so die mittleren fahrzeuge dass man sich gar so schwer hat weil also ich sage es aus eigener erfahrung ich hätte auch keinen bock mich mit drei metern arbeitsbreite hinzustellen und da die riesen felder zu bewirtschaften da hätte ich echt keinen bock drauf naja es kommt ja darauf an wenn wir jetzt sagen hier okay gut wir erwirtschaften uns den grundkurs sagen wir jetzt hier die ganzen großen mittleren maschinen auf der karte und sagen wir gehen dann auf die amerikanische karte dann holen wir uns natürlich die traktoren und alles was wir bei dem stream jetzt hatten holen wir dann natürlich auf die amerikanische karte klar nehmen wir die maschinen mit wir ziehen um das könnte man wirklich mal machen also wenn wir dann wirklich ein bisschen was erarbeitet haben dass man dann umzieht dass wir vielleicht auch sagen könnt ihr wir haben mal lust auf die karte grundsätzlich haben wir zum beispiel kein problem damit wir sind ja lohnunternehmen wenn ihr mal hilfe braucht oder so auf eurer map schreibt uns an dafür sind wir da wir sind wir sind dafür da dass man wenn es irgendwo not am mann ist und nicht genug arbeiter sind oder einfach nicht genug zeit ist dass wir da aushelfen das ist kein problem das oder einfach mal bescheid sagt und hat natürlich zu passenden uhrzeiten ja also nicht wir fangen nicht mit nachts mit nachts und drei anderen wie zu irgendwelchen leuten auf die server zu gehen es ist sowieso schwierig bei uns allerdings also eigentlich an sich mit der zeit also so unter der woche ist sowieso schwierig bei arbeiten und dann familie und abends ist halt immer so reserviert für unsere leute halt für andere games halt so wie viel geholt haben wir denn 15.000 sind wir jetzt so aber wir fangen dann mit zurückzahlen also die schafe müssen wir dann erstmal noch kaufen da fährst du dann runter mit einem trecker bei den frontanbau ja noch machen wollten an dem wenigstens als immer stich nur die fände nicht brauchst nein fände ich mir wie gesagt jetzt dass man hier auf dem hof halten behalten halten wenn wenn du halten brauchst und ich brauchen auch weil wegen von die fahrten jetzt erst mal so tiere holen und so das kannst du mit dem roten machen halt mutter sollte man auch ausmachen ja ich drücke die mutter an und steigt dann gleichzeitig wieder aus das klingt sinnvoll ja ich steig extra nur in einen traktor ein um ihn wieder auszuschalten um wieder auszusteigen ich schalte ihn an um auszusteigen und nicht um mit ihm loszufahren und ich freue mich schon wenn wir den hof hier auch ein bisschen ändern ich mag ich mag diese halle hier nicht ne ich mag die halle auch nicht ich finde die blöd ich finde die zu offen die schläge ich gebe gas und drücke aus dem r 1 und 4 ich mache die mutter aus Ich kann nicht zufälligerweise selber den Frontanbauer anbauen, oder? Äh, müsstest du eigentlich. Ja, ich hab bloß kein Geld, ne? Das müsstest du mir abziehen. Wenn das funktioniert. Es sind ja keine separaten Konten aktiviert. Wir testen es einfach aus. Aber wie gesagt, was mit dem Umzug, das könnte man sich echt mal dann überlegen, wenn man es wirklich an der Hand haben kann, dass man wirklich sagen kann, gut, hier zieh ihn um. Ja, weil immer auf der Standard-Map will ich jetzt auch nicht bleiben. Vor allem die Ami-Map, die hat es mir auch ein bisschen angetan und die vor unten fahren, jetzt die neue, die fand ich ja auch wirklich nicht schlecht. Ne, die Ami-Map fällt es ja nur deswegen, weil ich da auch mit dem Roadtrain halt mit, ich glaube mit. Mit acht Anhängern schaffe ich um jede Kurve, aber halt mehr darf es dann nicht sein. Ja, aber sorry, was übertreiben tun wir denn nicht? Drei, vier, okay, kann man noch mitreden, aber ich mach keine achte. Ne, ne, die Spir reichen auch vollkommen. Das sind 140 Tonnen, die wir transportieren können. Entschuldigung, 140.000 Liter. Ja, es sind 140 Tonnen. Ey, eine Tonne ist ein 1.000 Liter. Ja, aber es könnte sich jemanden drüber aufschweren, das heißt, es sind Liter und keine Tonnen. Sind doch, es ist das gleiche. 140 Tonnen sind 140.000 Liter. Ja, aber du... Ja, die Maßeinheit eingegeben bei der Füllmenge. Wichtig, richtig. So, ich soll mir jetzt den Tieranhänger schnappen, ne? Ne, du kannst auch erst mal den innen hochfahren. Den endet, dort steht, obwohl das Wasserfass muss hoch zum, 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 zum Schafen. Da kannst du dann auch schon mal Wasser reinmachen. Und was steht noch unten? Der Ladewagen steht noch unten. Du hast nicht genug Geld. Ich kann nichts ändern. Ja, nein, warte. Tatsache, sind da... Ne. Wie viel brauchst du? 1.800. Konnte nicht geändert werden. Warum konnte das jetzt nicht geändert werden? Ich lege es doch um Wasser. Wasser. Kannst du es jetzt? Nein. Nein. Guck mal, ob es jetzt geht. Ja. Gut. Hapsch. Gut. Na, verdammt, mein Trecker ist immer noch dreckig. So, dann warte, dann bringe ich auch mal den Wassertank. Dann bringe ich erst mal zu den Schafen. Dann hole ich die Schafe. Ich weiß nicht, wollen wir den Tieranhänger dann bei den Schafen lassen? Hm. Wo sind die Schafe? Gerade hoch, Dotton. Neben dem Zug, neben der Zugstation. Das sind doch die Schweine. Bei Feld 7. Feld 11. Bei der Zugstation. Ja, ja, ja. Nee, ist okay, ist okay. Ich habe das voll nicht gesehen. Hat man ein bisschen gerade gemerkt, ne? Hm, nein, du hast gar nicht, wie du drauf kommst. Gut. Haben die auch einen Wasserturm, Dotton? Oder ist der bei uns bloß, ist hier überhaupt ein Wasserturm? Wo kriege ich denn Wasser her? Das ist jetzt die Frage. Nee, ich glaube, ein Wasserturm war dort in der Nähe, glaube ich. Aber ist dir schon mal was aufgefallen? Egal, wo du langfahren tust, du hast eigentlich fast wieder Kreuzung, egal, wo du hinfährst. Immer du hast das Stoppschild. Ja. Das ist richtig schlimm. Oder habe ich damals immer einen Wasserturm daneben hingestellt? Du hast ihn daneben hingestellt. Ich glaube, ich war immer zu faul, dann immer irgendwo den Suchen zu fahren. Aber jetzt ist trotzdem mal die interessante Frage. Wo ist denn der Wasserturm? Wo kriege ich denn Wasser her? Auf der Map. Hm. Das weißt du nicht zur Failweise, oder? Nein. Verdammt. Stimmt, den habe ich mal hingestellt. Damit könntest du recht haben. Warte mal, warte mal. Ich weiß, glaube ich, wo der Wasserturm ist. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich fahr mal kurz mit dem Wasserfass hin. Gucken wir mal kurz. Nee, das hätte man sich auch vorher mal gucken können, ne? Dass man nicht gerade das beim Livestream machen muss. Tja. Ne? Ja. Es wäre ja uncool, wenn du beim Livestream alles wüsstest, wo du hin musst. Ich glaube, ich habe nämlich mal einen Wasserturm gesehen, als ich mit dem Zug unterwegs war. Wie gesagt, das sind jetzt nur Spekulationen, ne? Ich weiß echt nicht, wo der hier ist. Die hätten ja ruhig mal ein Symbol machen können für den Wasserturm. Ja, ich habe damals auf, äh, beim 15er, ne? Auf der, auf der, auf der, äh, Sosnofka-Map, ne? Da war ja dann auch der Wasserturm anders. Das war ja dann auch so ein Turm, wie es jetzt ist, ne? Da hat, nee, das ist besser gesagt, das war dieses Haus. Mit diesem Turm dran. Na, der im Wasserturm. Das war ja auch nirgendwo gekennzeichnet, dass das die Wassertürme sehe. Ich habe mich tot gesucht. Ne, den habe ich am Anhieb gefunden. Ich habe, ich habe so geguckt, der sieht aus wie ein Wasserturm, so wie er, äh, hier in dem Dorf steht. Bin dann reingefallen. Oh, ja, ist ja wirklich ein Wasserturm. Geil. Den habe ich am Anhieb gefunden. Aber Symbole werden echt schöner für den Wasserturm, dass du nicht immer auf der ganzen Karte suchen musst. Ja, das nimmt einen einiges an Arbeit. Ja. Weil, so wie ich vorhin gerade gesehen habe, was du auch geguckt, wie teuer im Wasserturm ist. Ja. Und ist das ein Wasserturm? Äh, das ist ein Wasserturm. Ja, das ist ein Wasserturm. Geschrien können uns ja mal alle bei Skyforge treffen und dort auch Spaß machen. Spaß machen. Ja, nur das, ja, nur das der Mensch, den du gerade beim Livestream zuschraust, ne, der da so ganz, ganz sympathisch in die Kamera guckt. Hallo. Ähm, der hat vorhin mal eine Runde gezockt, ich glaube aber weniger, dass du es eben so ein bisschen, ne? Ne, das hatte damit nichts zu tun. Ich habe einfach so Bock auf Titanfall vorhin, deswegen habe ich da nicht mehr weitergespielt. Ich bin ja wirklich nur an Skywatch gekommen, weil du das ja gucken wolltest. Hier, ähm, wo ich jetzt gerade bin, da ist der Wasserturm. Äh, ich weiß gerade gar nicht. Ja, da oben. Ja, da steht der Wasserturm. Bist du die ganzen Schienen lang gefahren, oder was? Ne, auf der Straße lang. Ich wusste, dass der hier so sein müsste. Bin ich gerade die ganze Straße lang gefahren. Bis hierher. Weil ich habe mir, ich habe das irgendwie so eingeprägt, dass der da stand. Ich bin da gleich mal hingefahren. Ich fahre doch nicht auf den Schienen, wenn wir sagen, wir fahren realistisch. Also ein bisschen Vertrauen musst du zu mir schon haben, ne? Das hört sich nämlich so an, als ob ich jetzt wirklich die Schienen lang gefahren wäre. Die ganze Zeit. Ach stimmt, du kannst ja meinen Livestream ja nicht sehen, ne? Deswegen, ne? Ja, ich kann das ja nicht überprüfen, was du so machst. Na doch, auf der Karte. Ja, ich gucke, aber ich habe die Karte aber nicht offen. Ich habe das doch zu, da unten ist doch meine Facecam. Ja, ich weiß. Da möchte bei dir dann auch langsam mal eine Playstation Kamera dazukommen, war? Ne, 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 ne. Ich wollte Zuschauer haben und nicht irgendwelche, die mich disliken oder sonstiges. Hahaha. Das heißt aber, einer von sich sehr überzeugt, ne? Weißt du, die Leute wollen ja Spaß bei meinem Let's Plays haben und nicht bei meinem Video. Ich hätte doch mit dem Zug fahren können, fällt mir gerade ein. Mhm. Um zu gucken, wo der ist. Dann wäre die 50-50 Chance, ne? Welchen Zug muss ich denn nehmen, um da hinzukommen? Schenk und doch. Ich hätte ja eine Vorkarte. Und wohin? Zum Wasser-Turm. Das ist ein Boot hin. Das ist der andere Zug. Zum Wasser-Turm. Na, junge Frau. Da sind sie hier auch mal falsch. Das ist der andere Zug. Nein, der andere Zug. Nein, der andere Zug. Was? Wie war ich von der Zuhörer? Das ist der andere Zug. Und wo fährt er? Und wann fährt er? In einer Sekunde. Tschüss. Das war der letzte für heute. Tschüssi. Schon bitter. So. Ich fülle schon mal den, 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 den. Wasser-Trog, oder wie man das nennen möchte. Ja, Wasser-Trog. Das war's. So so wie viele tiere wollen wir uns denn dann holen wie viel kosten ach so halt die schweine und 5000 kür dann guck mal was man vielleicht zähne hinkriegen wie kriegst du rein in den wirst du das so viel guck mal im shop nach guck ich mache ich dann wenn ich da bin dann kann ich dir genau kann ich das auch wenn du sagen vielleicht jetzt nicht so sagen ich habe 13 oder so jetzt schon steht er gar nicht darauf beim händler wie viele reinpasst video komisch das ist ein händler gar nicht dasteht aber bei dem mod anhänger finden sie da steht das drinnen ja beim modernen auf der amy card ist das gerne war mit den tieren wenn du da an die gehege rand fährst mit den anhängern gehen automatisch die tore auf ja das finde ich geil nicht so wie auf der anderen web die war da hatten oder wo wir dachten das ist der absatzpunkt für die tiere und dann war da auf einmal ein misthaufen dahinter hinter dem tor trotzdem schön aber die fälle sind da zu klein und zu eng also für die wirtschaft für viel wirtschaft ist die an sich nicht schlecht wenn du so gras und so nur machst aber für landwirtschaft ist viel zu klein und für forstwirtschaft naja viel zu umständlich ne forstwirtschaft hast du halt keine bäume da du musst halt mit der ketten säge fällen kannst du nicht mit dem vollernter fällen aber das machst du halt drei streams und dann hast du keinen bock mehr davon weil du auch keine bäume mehr hast weil so viele bäume gibt es da auf der map nicht das stimmt auch ja dein sägewerk hast du so seine 1000 vielleicht da stehen oder 500 wenn es hochkommt ich habe mehr sogar überhaupt nicht auf der ganzen karte mehr als 500 bäume glaube ich nicht weil die ja ein bisschen kleiner ist dass die das alles so weit auseinandergezogen haben hier auf der standardmarkt finde ich aber nicht schlecht ich finde das immer schlimm wenn man irgendwie wirklich fahren muss wenn man alles beisammen hat da bist du zu wirst du faul und fährst nicht und das ist schlimm doch ich würde dennoch fahren weil die kosten für den transport der tiere ist ja schon teuer genug wenn du sie transportieren lässt du meinst du jetzt nur die tiere holen oder was ja so ich meine jetzt generell weil du musst du dann auch beim füttern und so musst du auch hin und her fahren ja das stört mich ja nicht aber halt dass das tiere weißt du das ist halt immer weil du dann nicht viele mitkriegen kannst und so weißt du und du wirst dann dann weiß ich nicht wenn du so geld hast so viel weiß ich nicht 100 tiere oder so du musst dann die strecke acht neun mal fahren und die strecke vom von der farm bis zu den schafen oder so ist halt nun mal lang da bist du auch schon beschäftigt vor allem wenn es dann auch alleine machen muss und weil du die kosten für halt für stefan halt nicht bezahlen willst weil das ja auch schweineteuer ist ja das stimmt mein traktor hat endlich mal die hälfte des tanks verbraucht beim flügen hätte der schon alleine den fast den tank verbraucht ich habe jetzt mal auf dem pc gezockt na ja der ist mit dem realistischen spritverbrauch alter ich war an die karre nur noch fast nur noch fliegen eigentlich ja den habe ich auch für fliegen genommen aber trotzdem musste er fast nur noch kancen da finde ich aber gut da macht nämlich das feld fassen mehr sind welche worum sollten mit einem tank anhänger aufs feld fahren wozu denn du kannst du dankstelle fahren natürlich rickers fahren mit dem mit dem mit dem anhänger ist es ja noch schwieriger im perspektive weil du einfach nicht siehst was hinter dir ist ich würde auch mit lkw hinkriegen man hat der euro krex immer zu zwei gespielt aufgenommen ich habe gerade eine freundschaftsanfrage gekriegt so und zwar ich kriege neun ich kriege zehn schafe rein schauen die einer von euch zuschauern reingestellt mir gerade ein fa geschickt hat dann schreibt mal bitte wer das war ja weil wenn es dann das ist nämlich die wahrscheinlich an aber wenn der bei wenn mir irgendein random typ einfach muss war da mein namen umgesehen hat mir eine fa schickt so man sieht ja in der serverliste den server dann nehme ich das nämlich an wenn jetzt jetzt einer von euch zuschauen war dann schreibt mir das mal bitte in die kommentare ist mir sehr nett wenn es snake of viper war dann war es tobias naja das weiß ich ja war es aber nicht so ich muss kurz was trinken so ich brauche geld und zwar ganze 4000 wenn wir zehn schafe mitnehmen wollen 4000 ja 40.000 entschuldigung ich kann sagen 4000 wenig also kostet doch 4000 den schaf ja ja schweine waren 3000 ich weiß nicht dass wir nicht schwierig so schwierig es werden muss waren sich es werden muss weniger wir kennen ja noch ich könnte so viel geben ja ich hätte jetzt sonst hätte ich jetzt schnell noch ein bisschen was weg gefahren das kann sie ja trotzdem dann noch machen aber mehr kriege ich jetzt nicht du kriegst jetzt nämlich 300.000 kredit ach so bin ich jetzt voll am maximum mit wann das schon mal die müssen wir dann auch so mal wie von die ernte zu ernte mal je nachdem ja jetzt aber ja so die schafe jetzt haben wir erst mal noch tiere die uns mit unterstützen nebenbei wo wir nie so viel machen müssen die sich ja eigentlich im grunde genommen kümmern so lange wir gras und wasser haben und da ist das ja was anderes was immer diese kiffer ja da ist das ja wieder was anderes aber es ist dann halt wichtig ich will dann jetzt eigentlich welches dann als erstes jetzt sehen kannst du kannst du kannst du noch ein anhänger weg kann mir fehlen 457 dann kann ich noch ein schaft kaufen bei denen hätten wir sieben schafe statt sechs schafe ich bin gerade beim händler ich hole grad saaten gut weil ich kein saatgut mehr habe und meine sämaschine ist leer gut dann holen wir halt bis sechs schafe du kannst wenn du möchtest auch wieder separate konnten ausschalten ist wieder leer dein konto nee ich habe noch ich habe noch 3543 aber halt ich brauche halt jetzt im momentan nicht mehr weil ich habe ja alles was ich brauche gibt es irgendwelche richtlinien wie schnell man eigentlich mit dem beladen tier anhänger fahren da weiß ich kann es ja morgen rausfinden naja die road trains fahren ja auch mit die fahre aber ein großteil auch nur geradeaus nicht immer aber großteil ach willst du gleich ein bisschen gras machen kann ich machen aber ich werde dann wäre es werden wir dann auf nächste folge verschieben müssen ja wenigstens schon mal bereitstellen dass da wenigstens ein gras da haben dass die tiere für dank dass die schon mal ein bisschen wenigstens produzieren also ansonsten ich schnapp mir auch das mehwerk und fahr rückwärts ist mir auch egal warum sammeln darf dann später ein habe ich auch noch hängen hat er hängen ob da alle gehört hat er hängen fricke wen meinst du jetzt ich denke mal nicht hagi bei denen wirst du ja denke ich mal wissen wie der heißt bei psn war weißt du das ist ja nicht weil er geschrieben hat wie heißt so bei psn blackie grüß ich marcus ja das ist zuschauer gewesen der fahr geschickt hat ich nehme mich an ich gehe mal davon aus dass du dann uns mal beim nächsten streams mal unterstützen wirst dr die Musik Achso, übrigens, ähm, also die zähne Frage, hast du schon mal diese Dünger-Tanks mal genutzt? Hatte ich jetzt mal auf einer anderen Seite platziert, aber dann musste ich ja den Spielstand wieder, also nicht löschen, aber ungespeichert beenden, weil ich ja diesen ausversehenden Auslöser platziert hatte anstatt der Werkstatt. Achso. Weil ich es nämlich mitbekommen habe, sind die bloß als Zwischenspeicher gedacht, ne? Achso. Du kannst da nicht kaufen, also du musst dann halt auch die Bigpacks dort abladen. Weil ich die Freundschaftsanfrage angenommen habe. Sie sind nicht bis nach dem Scream gewarten können, ne? Für die Zukunft, äh, an alle, wenn ihr uns Freundschaftsanfragen schickt, mir oder Hagi, äh, ihr könnt bei den Freundschaftsanfragen immer was reinschreiben, dann schreibt das mal, äh, sorry, an, äh, falls du, falls du das jetzt gerade gemacht hast, hab ich, ich hab's nämlich nicht mitgekriegt, hab jetzt nicht nachgeguckt, aber, äh, da werde ich in Zukunft drauf achten. Dann schreibt das mal bitte rein, dass ihr aus dem Stream seid, dass wir mal Bescheid wissen. Wie gesagt, wenn mir jetzt einfach random irgendjemand eine FA schickt, nehm ich die nicht an. Das mach ich nicht. Das hab ich früher mal gemacht, dann hab ich eine FL, die, weiß ich, wie viele Kilometer lang war. Und kennen tue ich da eh keinen davon. Soll ich jetzt unsere ersten Schafe gleich ab? Jetzt muss ich bloß gucken, wo waren die Endladestationen der Schafe, die war doch hier vorne, ja. Dann würde ich aber übrigens das Feld dort vielleicht dann, wenn man, muss man mal gucken, wie teuer das ist, dann nämlich auf Gras machen. Ja. So, wir haben unsere sechs, unsere ersten sechs Schafe auf dem Feld. Yay. So, schwebenbedingungen abfüllt. Das, was wir reingeschrieben haben, haben wir jetzt auch abfüllt. Moin, LS Gaming. Mensch, warum kommen die Leute immer kurz vorm Schluss? Ja, na. Muss ich dich nämlich auch enttäuschen, LS Gaming, du kommst wirklich kurz vorm Schluss. Ähm, ich tue jetzt bloß noch die Big Bags hier aufladen und dann ist Feierabend. Ich mach nämlich hier unten heute Feierabend auf dem Händler. Ich fahr nicht erst mal zum Hof zurück. Ich probiere gerade den Hänger hier kurz kurz irgendwo hier hinzustellen, oder bei den Schafen. Kriege ich nicht hin. Gerne ramm ich irg-, würde ich irgendwas rammen oder ich ramme den Zaun? Von LS Gaming, der Stream ist geil. Es freut uns, dass ihr gefällt. Es freut uns wirklich. Es ist das erste Mal, dass wir mal wirklich einen Kommentar zu haben, wie unser Stream ist. Finde mal gut. Und hoffen wir, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wa? Wurde wahrscheinlich nämlich morgen, denke ich mal. Aber Uhrzeit können wir euch noch keine sagen. Das ist schwierig bei uns beiden immer. Aber, ja, ich denke mal, also jetzt die vier Tage, die jetzt frei sind, versuche ich eigentlich, dass wir mal jeden Tag gehen machen. Immer so im Schnitt so zwei bis drei Stunden. Das ist dann schon gut. Ja. Definitiv. Naja, außerdem, was heißt denn hier vier Tage frei, ne? Wir haben jetzt halt schon den zweiten Tag, ne? Wir haben bloß noch zwei Tage. Ach, siehst du mal, das ist so guter Leo, dich kenne ich doch. Grüß dich, Leo. Okay. Leo, wenn ich mich nicht täusche, nur war von der René, der Leo, nur. Äh, von René, Kumpel. Habe ich jetzt schon bei der Äußerung schon so mittlerweile? Ich habe nichts zu glauben, aber das hätte ich mir schon so gedacht, dass das schon so ist, ne? Dann, denkt immer schön dran, Leute, dass ihr uns ein Abo da lasst und auf die Glocke klickt, damit ihr es mitkriegt, wenn wir wieder einen neuen Stream starten. Oder generell, wenn wir irgendwas hochladen, dass ihr es nicht verpasst. Und meldet euch, wenn wir euch helfen sollen. Ja, meldet euch, wenn wir euch helfen sollen. Oder wenn ihr uns helfen wollt. So, ich bin auch gleich bei der. Weil ich häng, ich müsste doch noch ein Anhänger stehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Früge schreibt, wir wollen mehr Zeit mit euch, bitte um. Und das verstehe ich dann nicht. Dreh Stunden. Meinst du drei? Ja, ich glaube ja. Aber jetzt nicht mehr. Ich muss los, ich muss Töchterchen holen. Um halb muss ich Töchterchen holen, meine Oma. Muss ich erst mal hinfahren. Wo du heute ja schon ein paar Mal warst. Ja. Vier Mal. Das vierte Mal bin ich dann heute da. Und das sind nur von drei Stunden. Nicht das fünfte Mal? Nein, das vierte Mal. Was ist denn jetzt hier los mit dem blöden Big Bag? Soll ich laden? Nein, ich krieg das nicht auf den Rest ja auch verladen. Und wenn ich mir das so angucke, denke ich mir so, yo. Also selbst ich mache das mit dem Frontlader um einiges besser. Dann mach du es nächstes Mal mit dem Frontlader. Ich mache das jetzt zu Ende. Ja, du, ich arbeite die ganze Zeit mit Frontladern, Teleskopladern, Radladern. Alt, Tobias. Wir versuchen dann ab morgen drei Stunden hinzukriegen. Also wirklich standardmäßig versuchen, drei Stunden zu streamen. Ja. Und wie wir Zeit haben. Hey. Soll ich mich auch nicht aufpassen, weil ich mit Handy beschäftigt war? Ich finde diese Pflegebreifung auf diesem Fenster. Ich weiß nicht. Sieht bedürftig aus. Ich krieg da immer so ein leichtes Lächeln ins Gesicht. Ja, naja. Vor allem, das sieht echt so geil aus, ne? Alles so übelst groß, außer die Reifen. Die Reifen so übelst schmal. Na, übelst groß würde ich jetzt auch nicht sagen. Stell dir mal neben den Black Beauty. Was machst denn du? Mach dich bespannen wir oder welch? Ich hab die Gabel noch nie mal draußen. Ja, und? Ja, das backt doch dann immer so scheiße rum. Wenn du das Teile auf der Gabel hast und dann die Spanngürte schon dran haust. Du hast doch das Ding doch schon drauf, ey. Was machst du denn so lange? Ja, das bleibt bei mir immer auf der Gabel hängen. Das will immer ewig nicht stehen bleiben. Ich drück das auf den Boden, wie blöd, und es bleibt auf der Gabel hängen. Mann, Mann, Mann. Das Verlangen müssen wir dir noch beibringen mit dem... Ich will es gar nicht beigebracht bekommen. Das ist deine Aufgabe, normalerweise. Ich bin jetzt wohl schon eingesprungen, weil wir keine Zeit haben und du noch beschäftigt warst. Kannst ja den Trecker schon mal vernünftig parken. Hier auf dem großen Parkplatz. Hier ist aber keine Stellfläche, wo ich parken durfte mit dem. Doch, da die gestrichelte, die doppelte. Die ist extra für Trecker gemacht. Hab ich beantragt beim Landkreis. Achso, gut. Also darf ich mich jetzt hier auf diese Sperrlinie stellen, ja? Ja, die Sperrfläche ergreift für unsere Traktoren gedacht, dann für unsere Maschinen. Super. Jo, Leo, ciao, ciao. Das ist gut, Tobias, das ist gut. Stammkundschaft ist immer gut. Er hat geschrieben, bin wieder dabei, macht Spaß bei euch. Konnte gut lachen. Wegen morgen dann. Hey. Nimm den Stream ernst, ist hier nicht zum Lachen? Ja, ja. Wie gibt's bei uns nicht zum Lachen? Hier ist es nicht zum Lachen, sei es tot ernst. Na ja, für den Anfang ist das hier nicht schlecht gewesen. Wollte grad sagen, so schlecht sieht's jetzt am Ende gar nicht aus, aber... Für mich zumindest, für meine Verhältnisse. Also ich mach dir hier noch zwei Big Packs drauf. Ja, dahinter noch, ne? Nee, 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 ich meine hier oben drauf. Ja, jetzt find ich übertrieben. Na, ich schaff drei Big Packs auch übereinander, ohne Spanngurte nebenbei zu... Das macht man aber nicht mit Big Packs. Na, klar. Klar. Halt, zack, 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 zack. Oh, hallo, da und da, zack. Aber das find ich zum Beispiel gut bei dem Hänger. Die haben die Spanngurte echt gut verteilt. Ja. Reichlich verteilt, sagen wir's mal so. Soll, dann packe deinen neben meinen und dann hat sich die Sache verhalten. Jo. Vorher speichert das Spiel natürlich gleich nochmal automatisch. Ja, zum Glück haben wir uns auch den 10 Meter an uns genommen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, der 8 Meter sind zwar bloß 2 Meter kürzer, ne? Aber du merkst das bei Big Packs, dass da 2 Meter fehlen. Jo, Markus, also heute nicht mehr, aber grundsätzlich helfen wir gerne. Musst uns halt dann nur mal sagen, bei Wasch halt, ne? Ich glaub, den Anhänger musst du einzeln hinstellen, der ist zu lang. Tja, mein, der ist halt immer zu lang, ne? Äh. In deinem Träumen. So. Gut. Liebe Leute, und damit verabschieden wir uns von euch. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Habt gut mitgemacht dieses Mal und hoffentlich wird's die nächsten Male genauso. Und jo, willst du noch was sagen, Hagi? Nö. Gut. Nur, dass es mir heute extrem gut gefallen hat. Ja, hat Spaß gemacht. Dass wir das Thema erreicht haben. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, Leute. Dann bis morgen und ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.